Die Welt ist schlecht, die Welt ist grausam, um dich zu schützen, ließ ich keinen Menschen zu dir. Und was tust du mir jetzt an? Verzeih, Meister, ich will nie wieder rausgehen. Jetzt kannst du sehen, wie andere Menschen zu dir stehen, nichts wird dir geschehen, bleibst du in deiner Zuflucht. Meine Zuflucht, rück in deine Zuflucht, um niemals mehr nach draußen zu gehen. Bringen Sie ihn hinein! So zog sich der junge Glöckner zurück durch das Tor von Notre Dame. Und auch die Zigeunerin schlich mit Geschick durch das Tor von Notre Dame. Staunend sah sie die Fenster und Zeugen, Schönheit, die ihr das Angstgefühl nahm. Sie sah still in die Kerzen und fühlte im Herzen ein Licht, das Licht von Notre Dame. Zigeunerin